Die Untertitelung des ZDF, 2020 Echt Dreh, Echt Dreh, Echt Dreh, Echt Dreh. Kommt keiner mit mir, doch will ich folgen. Kommt keiner mit mir, doch will ich folgen. Echt Dreh, Echt Dreh, Echt Dreh. Die Welt singt auf mich, doch tritt es für mich. Die Welt singt auf mich, doch tritt es für mich. Echt Dreh, Echt Dreh, Echt Dreh. Die Welt singt auf mich. 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 Wir können es sagen, wir sind im Team, in der Gemeinschaft mit Gott. Wir haben gebeten, nicht bloß im Gebet, sondern auch in anderen Dingen. Und ich habe mich hier in diese Lompe gesetzt. Wo ich will ein bisschen gebrochen, um zu erklären. Wie weiss ich, dass mit Lompen wir Licht haben. Ich denke an Gott. Dann sage ich, Junge, wir haben bloß in die Lompen noch ein Stück. Und ich leichte. Und das ist ein feines Beispiel von, was wir von der Umbrücken wollen. Das ist die Gemeinschaft mit Gott im Licht. Ich habe mir eine Versch geschrieben. Wo ich will am Bestiebe gehen. Immer war und denke an das Licht. In der Hauptversch von der 1. Johannes Kapitel 9 Versch 7. Da sagt es, wenn wir im Licht wohnen, wenn wir im Licht leben, so aus heu im Licht ist. Da meint es Gott, der Jesus im Licht ist. Dann habe ich diese Gemeinschaft. Und wenn es uns träume, dass die Gemeinschaft mit Christus ist, weil wir gerade das von der Umbrücken in Betracht nehmen. Was berücksichtigt, dass diese Gemeinschaft lebendig merken? Das ist das Licht. Wir können das Licht in verschiedensten Dingen aufmerken, obdagen, dass wir das sein können. Und ein Wort ist, dass wir am Licht kommen. Ja? Wir fingen in Johannes 3 Vers 9 an. Das ist der nächste Vers, wo ich will von reden. Da sagt es, das Licht ist gekommen aus dem Gericht, vor dem Sinn. So eine andere wird, wir brücken das Licht, damit wir das Sinn dort merken. Das ist das, was wir brücken. So eine andere wird, das Sinn kann nicht im Licht leben. Das ist das Licht. 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 Das Licht ist das Licht, das wir hier haben. Aber wir wollen das Licht, das wir hier haben, als ein Beispiel nehmen. So, als wir nicht wollen, sind wir offenbar, dass Menschen das Sein oder die Haare das Einworte, wie wir alle wissen, das unter der Dage holen, ja? So schafft das Licht, ja? Wir wollen nicht dort offenbauen. Sünde, was wir tun, dass wir hier weinlich haben, dies drin. So, und hier ist das Licht, diese Gemeinschaft mit Gott, das, was uns frei hält von Sinn. Johannes 8, Vers 12, Ich sehe das Licht in der Welt. Das ist, was Jesus sagt. So, was hält das an, wenn er das Licht ist in der Welt? Das meint, er ist gekommen, und er hat uns dort aufgemerkt, dass wir den Sinn aufstorben können, ja? Und das ist durch die Gemeinschaft mit Gott. Das ist nicht bloß automatisch, dass das Licht nicht da ist. Nein, das ist in aller daut, das die alle verhebt. Das ist eine Connection mit der Gemeinschaft, wenn wir das Leben haben. Johannes 9, Vers 5, So lebe ich nur in dieser Welt, wo es nicht dies da ist. So, was meint das? Wenn wir nur in dieser Welt leben, wo heute Licht ist, wo es nicht mehr dies da ist. Du hast eine Wahrheit, wo wir durch diese Gemeinschaft verbunden sind, ja? Johannes 12, Vers 14, Das Licht ist in der Welt gekommen. Oder, wir können sagen, Jesus ist gekommen in der Welt aus dem Licht. Dass wir sein, dass uns das klar wird. Johannes 12, Vers 35, Das Licht ist in der Zeit. Das Licht ist in der Zeit. Was meint das? Das Licht ist in der Zeit. Das Licht ist in der Zeit. Wir können hier viel Bespielen nehmen, oder wir meinen das, das ist der letzte Zeit, das ist noch nicht. Das ist noch nicht. Was verhältst du, das ist nicht da. Das Zeit ist nicht lang. Wir können sagen, es ist noch 2000 Jahre lang. Aber von mir und dem ist das Licht nicht 2000 Jahre lang. Von mir und dem ist das von der und von der kurzen Zeit. Da wir wieder das nutzen. Da wir die Gemeinschaft haben. Da wir das Licht haben. So, wenn wir nicht denken, wir können 50 Jahre wieder das Licht kriegen. Das warnt uns von nicht, die Leute, wir haben klar zu merken, wie wir das Licht in den Knackchen kriegen. Was meint das in der kurzen Zeit? Nein, von der und dem ist das Licht. Du weißt nicht aus dem Morgen, was können. So, Johannes 12 saßen dadurch, geläuft an das Licht. Ich habe von all den Pfarrern, bloß haben wir die Angst hier rausgenommen. Ich kann aber eigentlich noch lesen, weil wir noch kommen, mal abschreiben, über geläuft an das Licht. So, hier triebe, um die Antwort, wo er noch braucht, um wirklich die Gemeinschaft zu trinken. Diese Gemeinschaft mit Gott hat, braucht, dass wir in Glauben haben, und am, am dort wirklich aktiv wurden an uns. So, dann haben wir hier, Johannes 1,5, das Licht scheint eine Diesternis nehmen. So, ohne Diesternis, hat Licht nichts. Du mag Diesternis sehen, das Licht wird da. Ja, und das ist, was hier ist. Die ganze Welt ist in Diestern. Dort brach Jesus das Licht. So, dann haben wir Johannes 1,5, Licht ist das Leben für die Menschen. So, aber es kommt immer dicht dabei. Das Licht ist das Leben für mich. So, im Diestern der Leben schafft es nicht. Wenn wir hier ein Licht ausmerken, dann würde ich vielleicht sagen, ich kann uns hören. Weil, hat die Uhr, wo man Licht hat dann. Ja, das ist manchmal interessant, wenn Licht aus dem Licht ist. Gerade so, wie Mädels verteilen sind die Menschen die Menschen plötzlich stellen. Worum der dazu steht? Wie Brücken Licht im Leben. Dort ist ein Oden, wo wir sein, oder dort ist uns verstaunt, oder uns scharper, connect mit dem Licht, und dort ist er wie ganz anders, oder, als es dies da, dann weiß ich nicht, wo wir haben. Ja? Johannes 1,9, dort wird erst das Licht. Was von wird? Weil wir können sagen, Gottes wird erst das Licht. So, Gottes wird, macht uns das Ding klar. Gottes wird, macht uns das sein. Das ist die Gemeinschaft, wo wir keine Haare an der Brücke wie, am dort, das wirklich Wahrheit wird. Johannes 3,9, dort Licht ist eine Welt gekommen. Aus sind gerecht, das sehe ich hier schon. Hat es fahrt in der Heimel. Was meint er, dass sind gerecht? Weil, das Licht ist die Kraft, jene Diesternis. Und das ist, was Jesus selbst sagt. Und dann gehen wir in Johannes 4,5, 34. Das Licht, das scheint an der Welt. Das ist eine schienende Kraft. Das ist nicht bloß, das ein Licht ist, aber das scheint auch wahr. Das dacht fort. Und wenn du erneut, diese Gemeinschaft haben mit Gott, dann wird die Gemeinschaft neun Tage von mir. Das ist ein brennender Schien. Das ist nicht bloß ein Schien, das bei mir bleibt. Das ist ein Schien, das wachet. Das ist die Gemeinschaft. Und das sagt in 1. Johannes, den ersten Versen, was wir hören. Da sagt es, dann habt ihr Gemeinschaft aneinander. Wenn ihr in das Licht leben, so als es heu im Licht ist, dann habt ihr die Gemeinschaft aneinander. Das ist doch nicht wundervoll, dass du und ich, wir können das Licht haben, wir können es brennen, und durch die Gemeinschaft kriege alle Menschen dort. So das ist, was das Licht ist. Reimer 2,19. Licht ist für die Menschen, die im Diestern sind. Dort ist das Licht. So war er, wenn das Licht er ist, in die Gemeinschaft mit Gott, er ist, dann geft das Dachet an die Menschen, die im Diestern sind. Dort sind die, was mir einmal derchen anderen Menschen können sein, hier ist was, was ich nicht habe, und die können mir einmal was kriegen, was sie sagen, nüßt mir das klar, und nun kann ich auch sein, wo ich sie, ja. Da habe ich die Korinther 5, die Diestern ist, was sie sehen, und das Licht wird sie wegbringen, wegmachen. Wir haben alles mit dieser Gemeinschaft, ja, mit Gott. in Vers 5,8. Ne sind wir durch das Licht, mit dem Harn taub. Das ist was wir können sehen, ja. Philippa 2,15. Wenn wir an das Licht denken, dann werden wir es doch mal ein bisschen nennen, wir wollen das Licht nehmen aus einer Gemeinschaft. Wenn wir an das Licht denken, wenn wir an das Licht nehmen wollen, so was, dann gleich wie ein Licht zu haben. Wenn wir nicht wollen, aufschwitzieren, dann gleich wie um Diestern zu gehen. Und das Licht hat auf viele Städte so eine Macht, als das, ja. Viele von euch in China, in eine Bar, wo ihr soppen wird, oder wo ihr drunken wird. Und ich habe es gemerkt, ich sehe auch, wenn ihr warst, und da ist vielmal so eine Diestere eine Koma, können wir sagen, ja. Kannst du nicht Diestere, wenn du da gehst, kannst du Sette mit dem Freund zu trinken. So ist das, die Jungen sind mir alles. Wir so, ich hoffe das nicht mehr, ja. Aber so steht, die haben eine Diestere Stoff, wo sie bei einer Sette und spazieren. Nicht im Dach für Menschen. So, diese Beispiel nehmen, als wir sehr viel krieg von der Reden da. Doch an die Diestere Städte, dass wir sehr vielmal diese Sünde anstunden haben, und wo die Gemeinschaft frei hat, macht Licht. Doch passiert ein Ding, was am Hort nicht offenbar gebraucht worden. Wahrheit, wenn wir im Licht kommen, so es Gott im Licht ist, dann, als wir diese Sünde offenbar waren, und wo diese Sünde noch gemerkt wurden. So, das sind alles Bespieler von dem Licht, und in aller Brücken die Gemeinschaft mit Gott. Mit Gott können wir sagen. Das ist die Gemeinschaft. Wollt ich haben, das Licht nicht da geladen. Wir haben noch ein Bespieler Matthäus 25 verscheint, und wieder. Du redest von den mit den Jungen Frühs. Wollt ich reiten machen, wollt es auch reiten machen, weil es um den Brücken begann, und in Jesus selbst vertelt es sich, und er braucht das Krak aus dem Beispiel. Und das Beispiel wird das Krak hier mit dieser Lampen zu tun, und vielleicht werde ich das Licht zwitschen. So, ich will Ihnen diese Lampen bitte zum Beispiel nehmen. Ihr könnt ein Null sein, denn diese flammert sehr hoch, und es ist unter einer Leer, so wir können das hier anstellen. Und ich will diese Lampen aus dem Beispiel brücken, von wer wir als Kindergarten sind. Wollt meint das, wenn das Licht diese Gemeinschaft gebt. So wir hören von durch den Glauben, ja. Das Licht brücken wir Gläuven dort aus. Dort hat er gedacht. Und Jesus hat das aus dem Beispiel gebrücken, wo das Licht geht. Und hier kann es sein, diese Lampen, die sind teilsächtig, diese haben Eil da. Diese Lampen kann es sein, die haben für Eil zu werden. Und wenn da nicht Eil wird, dann wird dort keine Flamme gebrannt. Das ist klar, ja. Dort braucht Eil zum Brennen. So ist dort mit dieser Gemeinschaft mit Gott. Wir brücken diesen Glauben, was hier in dieser letzte Geschichte, wo ich sehe, von den 10 Jungfrühers, vier haben Eil mit, die haben Glauben. Und die anderen haben nicht Eil mit, die haben nicht Glauben. So, nun wollen sie ihre Lampen anstecken, und sie haben keine Gemeinschaft. So, wir brücken diesen Glauben, um wirklich Gemeinschaft mit Gott. und dadurch diesen Glauben, ist der einzige Weg, dass das Vieh brennen kann. Wenn wir nehmen, diese Geschichte, von wo Jesus das Licht ist, Johannes 3, Vers 19, da sagt er, das Licht ist gekommen, aus dem Gericht für den Sinn. So, wenn wir das nicht nehmen, wenn du Glauben hast, dann kannst du diese Gemeinschaft kriegen mit das Vieh, mit dem Licht. So, wenn du nicht Glauben hast, dort ist, wo diese Gemeinschaft mit Gott nicht echte wird. Und das ist, wo wir viele Menschen finden, die wollen sich betieren, die wollen Jesus im Wort haben, und wir glauben es nicht dort, und das brennt nicht. Sie haben vielleicht ein kleines Bett gelaufen, dass sie gerne mal einmal fangen und zu brennen, und was passiert? Der Eil wird aller, und dann geht das bloß weg. Das ist doch ein Weg. Und wir wissen nicht, wir haben vielleicht beteilt, oder wir glauben, wir haben, ob er unser Leben wie nichts. So, wenn wir das Leben wie es soll, dann drehen wir es ab, Und dann, das nächste Ding, das ist noch nichts, wie früher, wir brauchen. Was braucht es noch? Ich sage, dann brauchen wir hier einmal noch das Glauben abzuhalten, ja? Nichts, wenn wir das in die Nacht beten, dann wird es abdrehen, nun wird es wirklich da. Was ist das Glauben hier? Das sind unsere Worte, unsere actions auf dem Glauben. So, wir können nichts tun, ob wir das vier dachten, ob wir das vier dachten, wann wir was tunen. So, uns Glauben braucht das, dass Jesus brennen kann in uns, und dann brauchen wir diese Worte, diese Gemeinschaft mit Gott. Und wahrer, will ich Ihnen sagen, das sind nicht die Worte, die uns glücklich machen, das sind nicht die Worte, die uns die Gemeinschaft geben mit Gott, das ist das Licht. Aber ohne Worte, dann schien es so, als die Glauben dood. So, wie sagt die hier lampe Gleesern ab, und weißt du, was, das fangt immer doll an zu dagen, weil wir Worte donen auf dem Glauben, und dann kann Jesus schoffen. Und diese Gemeinschaft wird dann das nächste Licht auf, dann wird es immer da gehen. So, das ist ein Bild von was wir nicht kennen, wort er das, wann wir wirklich um Glauben gehen. Ganz klar, eine Person, die nicht eilhaft, nicht Glauben hat, da er jetzt wird. Wir können alle Worte haben, und wir können die Läume haben, wie sind die Läume, und wir ohne Glauben geht das viel bloß aus. Und dann will ich noch einer sagen, was auch ein fernes Bild ist, und das ist, dass wir diese Gemeinschaft beständig haben. Ich will hier noch einer sagen, wann kann das noch bleiben. Können wir das sagen? wenn wir nicht eine obene Gemeinschaft mit Gott haben, beständig, dann fängt dann so ein Städte an. Dort vier fängt dann zu regieren. Und ja, jetzt sagen wir, warum hat das Glas nicht passiert? Dort regiert eben hier Boweruth, wo wir nicht mal aufhören kommen. Und das Glas wird schworter, und schworter, und schworter. Und das ist, wenn du im Glauben lebend bist, aber du hast nicht die Gemeinschaft. Und ich sage, so sind viele von uns Kinder Gottes stolz. Wir haben die Glauben. Wir sagen, Jesus, du kannst mir raten, du kannst mir Sünde vergeben, du kannst alles tunen. Aber mein Beleben mit Gott in Gemeinschaft ist dreig. Ich halte das nicht auf. Und da ist, wo mein Glas schwort wird. Und da ist, wo Menschen Menschen, so viel von diesem Tag sein. Ja, dort sind noch Töke Gänge, dort sind Töke Ständer, aber ihr Leben ist nicht zu sein. Dort ist dort. So bloß ein Beispiel, wenn das hier erbrennen wird, die wird sein, wo das Sache dunkler und dunkler wird. wird. Was ist der Ursache? Halt deine Gemeinschaft oben oben. Nur klar, dass du diese Gemeinschaft hast. Es heißt, klar in der Bibel, wenn wir im Licht wohnen, dann haben wir diese Gemeinschaft einander, oder wir brücken das Dreck, mit Oxygen. Oxygen ist diese hellige Leitung, wo wir ständig eine Verbindung haben. Und wir haben die Ferienklasse, von wo wir können einen dritten Level angehen, dort wo unsere deep Emotionen sind, und dort wo wir mit Gott leben können. Und das ist, was nicht schaffend hat. Das denkt, das geht bloß wieder und wieder. So, dann werde ich noch ein Beispiel merken, was mir so sagt, was von der Osten Tag auch passiert. Und ich freu mich von der Osten Tag zu neuen Christen. Und bei Wahrheit, die Christen, die von der Osten Tag vielmals frisch betiert sind, weißt du, was die daunen? Die drehen das rein ganz oben. Was passiert da? Das seltsche Ding. Dort regt ich und gefällt und da, und ich ohne Raum, ich habe mich betiert, ich sehe einen Christ. Ich habe das Säunen, ich kann Wunder daunen, ich kann beten, ich kann alles daunen, durch Christus. Wenn ich sterbe, ich sehe, plötzlich dort in sich im Himmel. Weißt du, was hat er doch berichtet? Was braucht wir? Wir brauchen diese ökene Gemeinschaft mit Gott. Und das sage ich, wir werden uns die Sünde betanen, er wird uns vergeben, und er wird er an das reinigen. Und wir brauchen diese Reinigung an das Leben. Und ich will nicht sagen, dass wir nicht solche betanen, und wir müssen danach klar haben, dass wir rein absolut tödlich, keine Kraft an die Vier. Das ist Christus selbst. Und was wir tun, dass Gott uns nachher drehen, wir tun nicht selbst, dass Jesus Christus reinigt uns, er reinigt uns, und wir machen das. Und weißt du, wo wir rein waren, durch ein dieses Ding, wo er uns reingedäht? zum Beispiel, du sitzt mir einmal an, ich sehe ein Fehler auf der Mensch, ich habe mich beteet, ob ich da noch einmal will wir zum Beispiel nicht mehr fliegen. All die Fluchtwürden kommen nachher. Und was da will ich mit deinem? Ein Beispiel will ich geben, wenn du die frech beteet hast, du hast mir einmal an, du hast noch nachher gewonnen, und du sitzt dort, durch das Licht, dann gehst du, und da bist du böse, ich habe dort. Mir fällt immer bei von einem Bruder, der mal ein Zeugnis gauft, von er wird beteet, und er wird ein Mahltje, ein Feibesorger, und staut nur dem, was er sich beteet hat, und einmal wird er an, dass er pflegt nach ihm ein Feibes im Hocken an. Weil er schreckt auf das Feibes, dass er alles pflegt wird. Dort fällt ihm dort bei, wo er schafft hat, er ist ein Kind Gottes, und er fflegt nach ihm ein Feibesorger. So hat er mir vertelt, er ging träg, weil er da nicht geflecht hat, und da ging er auf die Schnee, und er hat sich Gott mit geflecht. Und da ist wo er andere hat. So weißt du, wo Jesus uns reinmeldet hat, das ist mit dieser Zeugnis. Und dann sage ich da, ein paar weg, dass man einmal fragt, seine Frühen, seine Dage, das wird er nicht mehr fliehen. Das wird er nicht mehr fliehen. Das wird er nicht mehr fliehen. Weißt du, was da passiert? Da wird er reiner. So, was wird er passiert sein, wenn er nicht hat, so dass diese Lampen brennt, alles schweigert, und er wird ein großes Kind Gottes, und da fliegt er all das Fein an, und die Menschen sahen, die würde kein Licht sein, alles schweigert. So sind von denen auch Menschen, und ich will in China absolut nicht mit Zeugen und von Christus reden, wobei wir einmal an den Duimetchen weg sind, wo wir ganz klar haben, das Licht ist, wo unsere Gemeinschaft merkt. Das sind nicht unsere Worten. Ich will nicht mal einmal nehmen und übernehmen mir das Licht und sagen, ja, ich sehe die Lamp, ich sehe die, was er da. schaue, weißt du, was da passiert? Dann dachte er, wenn die das raufnehmen, dann dachte er nicht. So, wir wollen bloß mit das, weil wir seine Licht merken und da brennt aber nicht. So, hier sind viele von diesen Dingen, und kann hier sein, diese Lampen nicht mehr, nicht mehr. Weißt du, was in Reimer Kapitel 1 sagt? Ich glaube, ich finde es nicht falsch, du sagst Gott, dreimal, dann lädt er dich los. Und das ist, was mit so einem, was das passiert. Was nicht die Connection hat, mit Gott. Du hast nicht mehr, diese erste Connection nur im Himmel, wo Jesus ist, du hast die drei und die die Gäne an ihre Last nennen, und je länger je eurer wird, und die hat die Natur verdreht, was Gott geplant hat, da redet von einem Eingebruch, morgen und morgen, früh und früh, die sich die Last loslassen, dann sagt er, und dann lädt Gott die Gänen. Und das, was mit Sonnen passiert, die lädt Gott schließlich Gänen. Das ist weg, das wir erst noch nicht mehr. Und das ist ein Ding, was ich sage, wie wir das klar hätten, dass wir das aufmerken, an Gott. Und deshalb auch, ja, die Zeit lebt er mir, aber einmal dann, weißt du was, Gott ist so gnädig, die lädt die an allehante Trubbels fallen, und einmal sätzt die, oh, ja, ich dachte, ich wäre noch 14 Jahre, ich könnte alle Menschen betieren, und ich habe alles zu halten, und ich wüsste alles, was ich schreibe hier, aber immer, was ich an, die braucht, all die Hoffnung. Ich hatte mal eine Klasse in Stau Trigg, und dann, wieder auch einer, wenn es krägt, wenn es selbst war, kommt ein paar stecken, nach mir, und sagt, wie ich weiß, was ich weiß, was du sagst, und mir fehlt ein Ding, wo das ist dort. Und die Menschen kommen, und die wollen helfen, sonst kommen ich heute. Weißt du was, wenn dein Lampenglas berechtigt ist, dann kommen die nicht. Die kommen hier nur das, wo das ist. wo das ist, wo das ist. wo das ist, 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 wo das ist. Na, dann sind die bloß nicht selbst. Das ist alles für das. Wenn du wirst selbst sein, dann brauchst du dort geliehen, die Lust zu lassen, und in Ordnung hat er gedacht. Und wenn die Menschen wo das ist, wo das ist, und du hörst, du feilst mit, du kannst die neue Leone an, dann wirst du kommen. Und wenn du dort meinst, ans Lichtdach, da haben wir Matthäus wie Versastien in Feiner Farschen, da sage ich dort, Loh, den Lichtdach, dort die Menschen das Lampenglas wo das ist, dort hier Feindach, klar gedacht, Loh, das Dach, dann würde er dein Glas sein, und der wird Gott preisen. Und das ist das ganze Ziel von dieser Gemeinschaft. Und ich wünsche jedem, dass wir wirklich klar haben, diese Gemeinschaft mit Christus. Wir haben das letzte Gebet. Und wenn wir klar haben, eins glauben, braucht er zu sein, und nicht bloß glauben, durch Mathe woher zu kommen. was sind die Worte, und er gleicht dazu zu sagen, wenn du die bezieht hast, die Bessinchen Gottes, dass du wot, müftet du, erst den opening opno gott. Und wenn du das, dann wurde der Worte passieren. Wir haben Hebräer Kapitel saßen, wo das sagt, dann Worte wird wossen. Du bräuchte die Biespil von ihr. Wenn du rein auf ihr abkommst, dann Worte geräumt. Entweder auch das, was du gesetzt hast, oder irgendwie, was du gesetzt hast. Hast du ein Kritt gesetzt, dann wird der Kritt abgehen. Hast du ein Gude, geträgt gesetzt, dann wird dort abgehen. Und das ist gerade, was du das leren soll. An der Gemeinschaft mit Gott durch Worte kommen. Und ich würde alle Roden nicht so ein Dachsel haben, auch nicht das so hoch abdrehen, dass es schwarz wird. Ich zei, so wie du sie leert hast, ich werde das in die Heimung anstecken. So als ich du sie leert hast, dann musst du noch manchmal die Dach beschneiden. Weißt du, was das meint? Meine Mama, die hat alle Dach oder vielleicht alle Werke, keine Rottel mit vergeten, aber dann wird genommen, und eben, wenn die brennen, dann koste das nach Hauptdagen, hier ist das so, und dann hat sie da ein Scheitchen, und dann knippt sie das Fenn rund, und dann weißt du was, dann können sie die Fenn abdrehen, ja, bloß zum Beispiel nehmen, das Glas abdrehen, 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 check mal, wo das Dach und das ist der Unterschied, aber du kannst nicht bloß abdrehen, so, nicht wirklich ein bisschen besser erklären über diese Sache, bloß abdrehen, vielleicht ist nicht ganz klar, was meint das? wenn wir da nur abdrehen, als Menschen Romern sind, zum Beispiel, ein Zeugnis geben, ja, wie haben Menschen und uns, die es in Zeugnis geben, jenom, die nahne dort ein Puchender Christ, weißt du, was du meinst? Die Pucht mit sich selbst, nie hat Jesus, nie hat mit allern, und wenn du was weite wirst, dann magst du sie dann nicht, dann hast du ruck, so, das ist ein Puchender Christ, so, zum diese Lamp Dachemelken, dann magst du klar haben, dass deine Worten rein sind, das ist nicht, hier ist alles abdrehen, das Lampenglas sind deine Worten, du hast zu viel gerät, du magst das Lampenglas schmacken rein melken, da das von Beine in Böte schmack rein ist, wenn dort rein ist, dann kostet fein abdrehen, dann dachte du, ganz gewollt dich, so, und nun, wir trägen noch, dass wir da noch deine Zeugen aus den Menschen sind, das meint, dass wir von die Dinge rein sind, wo Menschen dies drin sind, und ich werde dir in so ein Bild vertellen, wo ich selbst erlebt habe, wo Menschen keine Zeugen zu anderen Menschen, und so steht, wo ich nicht das erste Wort von den vier Reden, von Jesus Reden, du magst die betieren, oder du magst die Bibel glauben, so Menschen magst du ganz andere weg, du magst du erst mal dein Lampenglas wiesen, dort rein merken, und dann wo du erst das rein merken, dann kannst du nach dem reden, weißt du, ich freu mich so, dass ich mich sehr viel wert ist, dann kannst du sagen, weißt du, dass ich viel mal erlebt habe, so glücklich, dort ist mich nicht mehr wertvoll, ich will ein anderes Leben haben, du darfst noch nichts von Jesus reden, du kannst bloß dein Lampenglas rein merken, zum Beispiel, so als ich viel hat die behandelt, mit Glück, als ich gerede hatte, ich wundere, dass die nicht mehr wollen, aber mein Ziel ist, dass ich wiederhören konzentrieren mit denen, wo du die wirst, dann kannst du dein Lampenglas rein, dann der nächste kann ich sagen, ich wünsche, dass ich wie so ein fein, ein weißer Mann, als du bist, du hast mir viel gelehrt, dann magst du dein Lampenglas rein, du darfst noch nichts mit Jesus daunen, du darfst dein Lampenglas rein merken, worum darfst du da rein merken, wenn es Jesus lebt in dir, du sitzt dort, gerät, so kannst du ein andere Menschen, die nicht lehnen, dann kannst du daunen, wo die Menschen lehnen kann, eine Geschichte gleiche, zu verteilen, was er erlebt hat, wie einer, was gehen wollte, zu seinen älter zeugen, und er hat, und er hat und er hat den Namen nicht an, wenn es er hat, wird es von Jesus gerät, und ich weiß nicht, wo er kriegt, aber er sieht, er wird zu brav gewaßt, vielleicht hafte er gesagt, check einmal Papa, weißt du was, ich kann die Christus im Horten, die fällt er doch, dort kann sein, er hat sie dort, warum Papa kann das nicht verdrehen, er sagt, weißt du was, wenn du sind dort, was dann, vom Hof hier, und du wirst nicht mehr in mein Sehen, wenn du glaubst, diesen Storthaus, go, und er jängt, und er wird hier in your Lotha, dann soll man mich reden, und dann sag ich dann, was kann ich tun, ja, ich rede von Zeugen, ich rede von, in Licht da geloten, und so, wo kann ich noch mal, mein Dad, in Licht da geloten, und weißt du, wie ich ihm in den Rout gaf, dass wir gerade das, das Lampenglas rein merken, ja, wo ist er dort, ich rede von, ich rede von, weißt du, irgendetwas, was ihm Papa nach regnet, dann ist das, was wird ihm viel wert, und er weiß, dass er nicht, aber einmal sage ich dann, dem wird ein Kombin sehr viel wert, was er gekauft hat, er hat sich nie ein Kombin gekauft, ja, und mit dem hat er allein gefahren, die Jungs, die wurden nicht gerade noch abholt, und dem hat er sein abholt, dann sehe ich dann, Gott, guf, schreibt ihm mal, und spielt dich Kombin, ja, so ein kleiner, ein harter Kombin, wann die fängst, und er hat den Charakter Nummerhafen, John Deere wieder, schreibt ihm, und er lässt ihm Schmuck anpacken, und er lässt dann Sattel genähen, und er schreibt sich wieder, in Engelschermann, sag ich dann, I love you, my Dad, und er lässt dann die Post drehen, und er sagt, wenn was, dann kannst du noch ein Gebet, und Jesus schrecken, Frau, Herr Jesus, wirst du gleichen, für mich, mit diesem Kombin Metaphoren, und mein Papa, der lebt, was ich von dir habe, und er ist ein Haus, und weißt du, was er das Mann hat, er vertelt mir, ich weiß nicht, wie lange trägt, gleich ein Jahr weiter, nur dem, als er mit ihm geredet hat, dann kommt er zu mir, und sagt, du weißt was, hier ist was passiert, aber nun, wird Dad immer, über den Stich gegangen, weil sie sich gut drauf getroffen hat, im Stuhl, oder in der Stadt, und der, am geschehen hat, dann wird er über den Gals gegangen, oder wie ein anderer Gang, rutsch gegangen, und nun, dann sag ich, dass ich das getan habe, hat nicht lange gelohnt, dann traf ich meinen Dad in den Shop, oder in den Stuhl, und dann checkt mein Dad mit Glück in die Augen, und kann Glück noch mehr gehen. Ich weiß nicht, der hat einen Kommentar gekriegt, und dann sehe ich bei ihm das, dann frag ich ihm, was soll das kommen, was du mir schenkst? Dann hat er gesagt, Dad, gerade sind es da, ich leue dich, und ich baue mich nur dich. Dann sage ich, Dad, hast du dich, wer will Kaffee trinken? Das ist was passiert. Dann seht ihr, und wir haben nur zweimal Kaffee gehabt, und das letzte Mal, als wir eingehen, sage ich da, Sie sind willkommen bei uns, kommt zu der Hellen, und wir haben noch nichts von der Lichter redet, er hat bloß das Lampenglas reingemacht, ja. Und jetzt sind die Wehe, wo wir diese Gemeinschaft mit Gott haben. Wir dürfen nicht vor uns alle Wehe, und weißt du was, wir haben noch ein Versch in der Bibel, das sagt, wir sollen Gott sehen, wird nicht verder schwind schmieden, ja. Was meint das? Wird er bloß verschwienen. Und jetzt, wo wir von der ganzen Tag, mal abpassen, dass wir nicht, wo wir Jesus genommen haben, so berücken, dass er ans Glas ganz geriesst wird. Und weißt du, was Gott sehen wird, das ist so klar, dass es schraub ist, und zweischnittlich wird, und das kann jemand eindeilen, was er ist jesslich, und was er ist fleischlich. Und wer wir auf so einen Weg, diese Gemeinschaft, das Licht da gelaten, das, was Menschen sollen nicht haben, ja. Und da, wir müssen die Weisheit brauchen, und wir müssen die Dinge abkommen, und weißt du, was ich will absolut, kein Mensch, was sich frisch beteilt hat, verachten, was ich will die Mout melken, dass die Lamp nicht so hoch drehen, und die Lampenglas ganz geriesst wird, gerade so ist das, wenn ich das nicht mehr anstecken, dass wir nicht dachten, was wir einmal probieren, ja. wenn ich diese Lampen, mit dem riesen Lampenglas, weißt du, was das hat, die kann sich noch beteilen, die Menschen, bis sie da unten waren, und dann brennt es hier fern, und dann sind die Worte, die sind noch ganz geries, die haben noch nichts reingemerkt, und wo dacht das? Was ist denn hier passiert, von dieser Lampen, diese Lampen? Die dacht bloß nicht. Das ist zu geries, und da brauchen wir wirklich unsere Arbeiten, die wir hier tun haben, unsere riesen Dinge abzuklaren, dass es da gekommen ist, und weißt du, das Licht ist, was die Gemeinschaft gegeben hat. Das Licht ist dort, wenn wir so im Licht sind, als Gott im Licht ist, dann haben wir diese Gemeinschaft aneinander. Ich würde fragen, noch Licht anzusetzen. So, nun werden wir noch ein Bild nehmen, wenn wir denken, an Licht anzusetzen hier, dass all diese Dinge, was wir hier tunen, das ist alle noch mal so natjes, wenn wir nun denken, das Licht, was die Haare Jezus selbst haft, das daigt das rein aller. Wenn wir nun sein, und wir können nicht anzusetzen, das ist alles, dass wir die Haare Jezus selbst haft, dass wir die Haare Jezus selbst haften. Das ist alles, So, wenn wir hier einmal zu denken, dass wir hier sind, dass wir hier, vor allem haben, von Gott's sein Licht, ewig an uns sehen das, dass wir hier einmal zu bringen, und wir wollen danach haben, dass wir hier das Licht sind. Wenn es das Licht, bloß aus dem Beispiel genommen, dort ist es so hoch, wie wir ihn nicht können erkennen. Und wenn er kommt, durch die Säune, dass du das Licht hast, so eine Lampie ist das. Und du hast Eilbein, mit dem Glauben, dass wir so ein Beet dachen. Ja, also, wir gehen nach dem Vers in der Bibel, ich habe mit dem nicht gehabt gesagt, wo ich sage, wenn du noch ein kleines Funk ist, dann werden wir das nicht gut machen, werden wir das anblösen, oder dachten das, wenn es dort ist, wo ein Mensch sein wird. Die checken nicht zu sein, nur Gott, wenn es dem kann, sie nicht. Die checken nur Jund, nur uns, das wo die Hand checken. Da werden sie alle wiederhaken, wo wir niemals glauben, dass ich jemals so ein Licht will haben, als Gott hat. Und das sage ich da, wenn sie in uns wohnt, das wo die Hand ist. Und das ist, was wir wollen, das ist, wo wir wollen leben. Kleenbein Meier fand diese Gemeinschaft, mit Gott. Wir haben die alle Dagen gebrochen. weil wir jeder Tag, Tiet nehmen. Ich sage, dass wir eine Stelle Tiet, dass Gott die Gemeinschaft hat. Ich lege das mit mir an, ich bloß nicht hoch. Wir sind so viel Mol, als wir noch eine Tiet, wo wir gerne mehr tun haben. So viel Mol, dann würde ich, ja, ich würde ein Bett Tiet brücken, und das kann viel mehr tun. Und wir haben uns alle an, dass die Worten würde kommen, da wenn, wenn sie das Licht dachten. Nicht, dass wir jemals glauben, wie wir an, was wir rekenen mit den Worten, oder, dass das Licht dachten kann, mit den Worten, was wir tun. Weil, Matthäus, Kapitel 5 Versastien, Loot die Licht dachten, dass die die Worten zu sein werden, in die Worten getreisen. So, wir haben das auf so einen Weg, und ich denke, viel mehr an das Foder, ich würde noch mal gleich mit ihm vertellen, vielleicht komme ich noch mal, weil das Foder, was sie in Sein, der Kaffee kriegt, da steckt was an. Und das ist was wir können, und das ganz einfache Dinge, dass wir, ich sage manchmal so, ich kann meine Friede, da haben wir ein Spiel, da haben wir ein Spiel, wir haben die Hand ab. Ja, das ist doch nicht so. Und weißt du was, eben an das Spiel, und ich will ihnen bloß das Beispiel vertellen, was wir beleven, wir da haben viel spazieren, ja, dann wird einer manchmal im Kopf, ja, das fehlt, dass einer ein bisschen mehr schafft, ein bisschen mehr exercise hat. Und dann so, wenn wir alle schloppen gehen, dann wird einmal dann, als du bloß ein Wetterbein bewahrens, und die checken dann zusammen mit ihnen. Und dann weiß ich nicht, was wir da nicht wollen, und dann gehen wir bloß mal ein Spiel, kompetenzen, kompetenzen, ja, ich kann meine Früh, ja, ich sage, ich soll niemals ein Spiel spielen, wenn sie da sind. Wir da auch nicht. Wir haben, wenn wir groß gewonnen haben, einer, ich weiß nicht, wo es sein hat, einer hat, warum haben wir uns beredet, wenn wir anfangen, wer hat nicht gewonnen? Das ist nicht wichtig. Und einmal ist es mir wichtig, wenn ich anworte, dass sie nicht so gut spielt, dass sie kann, wenn sie einfach mal, ich soll gewonnen, dass es mir nichts wird. Das hält nichts an. Und was sie gewonnen hat, das ist mir nicht so wichtig. Und weißt du, was da dann entsteht? Von wo wir anfangen mit Games spielen, was wir vorher haben mit Games spielen, haben wir davon verjätten, und wir sind rei und schloppen. Wir schloppen sich an. Und weißt du was, so viel mal, ich habe dann gesagt, danke schön. Und wenn wir uns vorhin haben, wir haben uns gebeten, dass wir uns schloppen gehen. Wir schloppen sich an. Und weißt du was, so viel mal, wo wir dann sagen, danke schön, Jesus. Ich lege hier so gelotend. Keine Sorge. Games spielen ist eine Connection, dann habe ich das hier oben. Keine mehr viel. Nicht bloß mit Games spielen. Leid immer ganz, hier mittel, ich habe so verdolten, du nichts. Weißt du was, wie meine, wir können manchmal nichts denken. Früher ist das nicht mehr. Aber wie, wenn du frühestens fragst, was hast du gedacht? Na nichts. Das wird meiner manchmal sagen. Wenn ich meine frühe Frau, ah, was hast du gedacht? Du weißt immer. Ich weißt lange nicht immer. Und kriegst du es dort. Du musst dir mittelisch am Sofa durchleihen, und wenn dir das interessiert, das ist mir, dann stahl mal den CD an. Und du sagst. Stahl mal an, wenn die frühe, so richtig schön singen das, von dem schönen Himmel, soll, das wird volle Spälder werden, und dann legst du und denk am Himmel. Du hast eine Connection, du hast das alles auf. Du hast die Gemeinschaft. So könnt ihr ein duzenten Ding sein. Wir glauben, wir glauben, wir glauben, wir glauben, wir haben die Gemeinschaft. die Jesus lief mich, und sie schlagen mich. die Jesus lief mich. Un día orando, le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida, a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo, te voy a transformar. Pero en el proceso, te voy a hacer llorar. Porque por el fuego, te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa, cuando todo va mal. Quiero una alabanza, en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza, en la tempestad. Y quiero que aprendas, también a perdonar. Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar. y en un vaso nuevo, te voy a transformar. Pero en el proceso, te voy a hacer llorar. Porque por el fuego, te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa, cuando todo va mal. Quiero una alabanza, en vez de tu quejar. Quiero tu confianza, en la tempestad. Y quiero que aprendas, también a perdonar.